Scheinbar haben wir hier schon ein bisschen von der Map entdeckt. Ja, aber von hier sind wir scheinbar gerade gekommen. Müssen wir aufpassen. Die Schweine haben wir gemerkt, die sind enorm aggressiv. Die gehen hier gleich auf eine Los mit ihren Hauern. Äh, hier fetten Pumbas. Oh, was war das? Hier war irgendwas E? Irgendwas mit E? Ah, Schiefer ist das. Das Tierfett brauchen wir dann scheinbar nur, um Feuer zu machen. Könnten wir unseren Speer dann hier auch anzünden? Ja, das könnte man eigentlich... Tatsächlich? Soll ich es mal probieren? Würde mich ja interessieren. Okay. Wir müssen wieder hier hinter. Hier kommen wir hoch. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Kann sein, dass hier wieder Gegner sind. Ach komm, hier ist schon wieder so ein... So ein ekliges Vieh. Und ein Schwein. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ist das ein Bär? Holy shit, Freunde. Oh, Scheiße. Ich wollte eigentlich nur zielen. Ach du Kacke. Freunde, ihr würdet sterben. Ich müsste... Der brennt, der brennt. Oh. Oh, Scheiße. Wo ist er denn jetzt? Ach du Scheiße, ich verursache gleich wieder Waldbrände. Wo ist denn der jetzt hingerannt? Scheiße, wir brennen. Hier ist er. Nein, komm. Das war doch jetzt... Freunde, das war doch jetzt ein Bär. Das Ding war doch viel größer. Ach du Scheiße. Das ist natürlich immer richtig bitter. Ich glaube, ich soll es auch wenn wir nur Feuer rumzuspielen. Das war ein Bär, definitiv. Wo ist er denn jetzt hin? Ich brenne schon wieder. Ah, hier ist Blut. Weiß allerdings nicht, ob das jetzt vor meinen Bären ist. Scheiße, jetzt haben wir ihn verloren. Meine zwei wertvollen Sperre auch noch vergeudet. Ah. Fadasi-Höhle. Ne. Fadasi-Höhle. Boah, hier sind überall Mücken. Und überall wieder äh, Gemälde. Wie nennen wir das denn? Wandmalereien. Ne, nennt sich's doch. Okay, mit dem Buddy brauchen wir hier nichts mehr anfangen. Ach du Kacke. Wenn hier schon so viel tote Viecher liegen. Dann möchte ich nicht gerne wissen, was hier drinnen ist. Können wir die Pilze mitnehmen? Ne. Ach du Scheiße. Wo haben wir uns jetzt hier drauf eingelassen? Was war das? Oh, holy Scheiße. Wir haben... Los, prügel Muppet, prügel Muppet. Alle defekte. Lebt der das Ding noch? Der steht noch. Fall jetzt um. Okay. Es gibt hier diese Lamas. Sind das Lamas? Die sich auch so totstellen. Die fallen einfach so richtig... Einfach so um. Die stellen sich tot. Es sah gerade bei dem auch so aus. Okay, wir haben hier Haut. Tierfett. Sehr schön. Ja, aber ist das jetzt wirklich von... Von den Wölfen hier? Können wir hinten vielleicht noch einen Happen weiterlaufen? Ne, sieht aber nicht gerade danach aus. Äh, ich weiß jetzt auch leider nicht, wo man sieht, wie viele Pfeile ich denn noch habe. Äh, komischerweise habe ich scheinbar nicht mal mehr einen Bogen. Denn ich kann nicht mal mehr durchswitchen. Boah, muss da drin ein Gestank sein in dieser Öle, wenn ich schon die ganzen Mücken hier sehe? Oh, scheiße. Komm schon, das Ding. Geh weg. Bumper. Dich hole ich noch. Fällt da noch irgendwo... Ah, da ist er umgefallen. Tatsächlich. Wildschwein häuten. Tierfett haben wir bekommen. Aber das Tierfett ist scheinbar voll. Freunde, wir müssen unbedingt wieder einen Bogen machen. Ich weiß nicht, warum wir hier... Warum haben wir denn keinen Bogen mehr? Normalerweise ist doch eins, zwei, drei. Können wir doch Bögen machen. Hier ist auch eine blaue Hand. Was bedeutet denn das, Freunde? Hier hinten. Daisha-Hand nehmen. Daisha. Oh, wir haben eine Fähigkeit bekommen. Ich weiß jetzt zwar nicht, für was diese Daisha- oder Daisha-Hand sind. Äh. Eins von hundert. Ach du Scheiße. Okay, wir können wieder Fähigkeiten steigern. Pflanzen werden auf deiner Minikarte angezeigt. Enthüllt plus 80 Streit des Geländes um dich herum in den Kartenmenü. Deck weitere Aktivitäten und Missionen auf. Seht mal hier. Heilen im Sprint. Primitive Heilung. Ich finde es gar nicht so schlecht mit diesen. Pflanzen werden auf der Minikarte angezeigt. Äh. Finde ich jetzt nicht schlecht beides jetzt. Ähm. Wir nehmen das hier. Also sprich, wir können dann... Jihad, Schröder. Äh. Wir können dann, ähm... Auf unserem Radar öffnet sich die Map hier ein bisschen schneller. Denk ich mal. Okay. Wir sind hier immer noch bei dem Wildschwein. Oh. Und hier sehen wir... Es gibt ja auch einen Tag-Nacht-Zyklus. Ähm. Entschuldigung. Und es scheint aber gerade schon so ein bisschen zu dämmern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt gut ist. Und wir haben natürlich keinerlei Sachen. Wir müssen jetzt den Bogen machen. Ich weiß nicht, ob ich einen habe und den vielleicht bloß gerade nicht finde. Ja. Ja, warum kann ich denn meinen Bogen... Fähigkeiten... Beutetasche. Warum habe ich denn... Nacht. Ja, sehr schön. Die Nacht ist dunkel und gefährlich. Die Sicht ist schlecht und viele Raubtiere sind auf der Jagd. Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere, Pflanzen und Fundstücke. Waffe entzünden. Halte Kuh gedrückt, um das Waffenrad zu eröffnen. Wähle eine Waffe, drücke rechte Maustaste, um die Waffe mithilfe von Tierfett zu entzünden. Scheiße, Leute. Ich verstehe es nicht. Warum ich jetzt keinen Bogen mehr habe? Vielleicht nur, weil ich keine Pfeile mehr habe? Ja, höchstwahrscheinlich. Ah, Freunde. Es lag tatsächlich da dran. Fehlen die Zutaten. Es lag tatsächlich da dran, dass wir... Ach du Scheiße, da habe ich fast ein bisschen Angst. Holy Shit, was war denn das? Ach du Scheiße. Au! Holy Shit, was auch immer das war. Das hatte ich definitiv genutzt. Ein Rothund. Leute, wir brauchen doch Rothunde. Ich weiß nicht, sehen wir vielleicht mehr, wenn wir das Ding jetzt anzünden. Oh ja, das geht sehr, sehr gut ab hier. Ich wüsste jetzt aber nicht, wohin wir müssen. Guck mal kurz auf unsere Map. Ah, hier hinten Braunbär, selbstverständlich. Freunde, ich glaube, wir haben vorhin echt einen Braunbär getötet. Avengers helfen. Bestie töten. Schwierigkeit leicht. Unbekannte Ort. Wollen wir vielleicht erstmal hier hingehen? Dann gehen wir über den Braunbär. Wir legen da vielleicht einen, falls wir es hinbekommen. Und dann gehen wir... Die Wrencher helfen. Ich denke mal, die werden uns jetzt nicht weglaufen. Wir gehen mal hier zu den... Wobei das jetzt in der Nacht und genau bei den Wölfen... Okay. Ne, wir gehen jetzt erstmal hier... Hier oben zu diesem unbekannten Ort hier. Ach du Scheiße, ist das hoch? Müssen wir hier hoch oder müssen wir hier runter? Mit den Fackeln geht's ja. Also da kann man ja wenigstens um sich herumsehen. Oh, hier haben wir wieder so eine grüne Pflanze. Die ist doch ganz gut für Heilung, glaube ich. Allerdings habe ich eben... Ein bisschen Angst hier in der Nacht. Oder bei Nacht. Man muss auch schlafen gehen können. Oh, holy shit. Komm, jetzt nicht genau in diesem Moment, dass meine Fackel ausgeht. Oh, der brennt, der brennt. Ich entfache höchstwahrscheinlich wieder im Waldbrand. Oder? Hier ist er. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr gut, ein bisschen zu viel von einzelnen Sachen zu haben. Wie zu wenig hinten war ein Wolf. Ich weiß. Oh, 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 oh. Gepaukt, gepaukt, gepaukt. Scheiße, Freunde. Es sind so unglaublich viele... ...gelegt Gegner hier gerade. Oh, holy shit. Vor mir, hinter mir. Überall. Scheiße, sind das viele Wölfe. Ach, du Kacke. Wir brauchen eine neue Sperre. Das hat natürlich auch einen Nachteil, wenn man die anzündet. Und zwar, dass wir enorm... ...äh, dass die enorm schnell kaputt gehen. Hier hinten ist er. Ich hoffe, die lassen mich jetzt in Ruhe. Okay, ich probiere jetzt erstmal schnell zu diesem Fragezeichen zu kommen. Zum Glück wird hier relativ viel auf der Karte gezeigt. Ach, nee. Wir brauchen jetzt hier aber nicht wieder diesen Haken hier. Kommen wir hier nicht sacht herum? Wollen wir es probieren? Ganz vorsichtig. Ganz sachte. Sehr schön. Wir schleichen uns an. Ich denke mal ganz... ...oder, ich gehe mal schwer davon aus... ...dass hier hinten wieder ein paar Gegner sind. Hier leuchten auf jeden Fall ein paar Fackeln. Was ist denn das hier hinten? Er ist scheinbar ein Stein oder irgendwas in der Richtung. Wollen wir hier nicht irgendwie außen rum? Hier hinten ist auch noch Licht. Scheinbar ist aber ein ziemlich großes Camp zu sein. Scheiße, ist hier auch noch so eine Leiter gewesen. Wurden wir gesehen? Können wir hier runter? Können wir ins Wasser springen? Ich weiß nicht, ob wir sterben werden. Ich probiere es einfach. Sehr schön. Es hat funktioniert. Wir leben noch. Oh, die werden hier angegriffen. Steine der Verlorenen. Oh, scheiße! Scheiße, Freunde. Wir müssen heilen. Aber ganz dringend. Holy Scheiß. Holy Shit. Verdammtes Mistvieh. Hier ist noch einer. Wir müssen uns nochmal heilen. Komm nur her. Komm nur her, mein Freund. Oh, das sind zwei. Oh, scheiße. Fressbrett! Say cheese to my friend! Oh, scheiße. Vielleicht zweimal. Ach du Scheiße. Die sind ja überall, diese Dinger. Oder ist das immer noch der gleiche? Äh, jetzt reicht's mir hier langsam mit den Dingern. Was denn? Hier wird mir andauernd... Ach, hier liegt so ein Dude. Takedown! Wow! Rekt! Holy Shit! Hier hinten ist er. Jetzt kurz und schmerzenlos, mein Freund! Wir gehen uns selbstverständlich auch gleich häuten. Hey. Hier muss doch noch ein Gegner sein. So ein Tontopf, die können wir doch mitnehmen, oder? War da nicht was? Feuersteine. Hier muss noch irgendwo was sein. Das ist aber nicht schon wieder ein Bär, oder? Leute, tatsächlich. Oh, scheiße! Holy Shit! Holy Shit! Holy Shit! Holy Shit! Oh! Oh, 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 oh! Jetzt weiß ich, warum wir das Rennen heilen. Oh, scheiße. Das war gnadenlos drüber. Leute, den hole ich mir. Diese Drecksau. Oh, der ist defekt. Der ist defekt. Sehr schön. Diesmal entkommt er uns nicht, Freunde. Brauchen wir häuten. Das war natürlich eine größere Aktion. Holzpfeil, Braunbärenfell. Okay, sehr schön. Und es ist schon wieder Tag geworden. Hier schreien aber noch irgendwelche Leute rum. Leute, warum haben wir denn hier lauter solche Xe auf dem Ding? Ach, das sind tote Tiere. Nein, was ist denn da schon wieder? Wir müssen raus aus den Höhen Gippusche. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich kann nichts sehen. Das sind wir Schweinen. Das sind viele Schweine. Weg, Moppet! Weg, Moppet! Ach, du Scheiße. Oh, der ist wirklich hier langsam so richtig. Oh, hey, Friend. Hey, Friend. Ich bin freundlich. Du bist freundlich. Wir alle sind freundlich, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass wir gegen so Mammut schon ankommen. Er macht uns aber, glaube ich, auch nichts, oder? Ja, ich glaube, die machen uns hier alle nichts. Ja, man muss ja hier trotzdem ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir hier von hinten, äh, von so einem miesen Schwein, äh, umgenockt wird. Hier unten müssen wir helfen. Achso, wir brauchen ja gar kein Feuer mehr. Ich probiere mal hier runter zu kommen. Hier hinten scheint schon wieder so eine Hand zu sein, oder? Was ist denn das, diese blaue? Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Blaublatt nehmen. Ich weiß noch nicht, für was die einzelnen Blätter hier gut sind, aber lieber mal haben, als nicht haben. Okay, Wenscher helfen. Eskorte. Der Regen hat die Hütte, Hütten überflutet. Dein Volk muss höheres Gelände erreichen. Eskortier sie zu einem Ziel und verteidige sie. Befreite Wenscher anschließen, äh, befreite Wenscher schließen sich einem Dorf an. Deinem Dorf an. Entschuldigung. Akzeptieren. Wir werden es natürlich machen. Was macht er denn hier? Äh, irgendein Ritual, glaube ich. Kann das sein? Erreiche die Gruppe Wenscher und sprich mit ihnen. Gebt mir jetzt Ruhe, du Bestrommler. Dann müssen wir wieder hier hoch. Freunde, ich glaube, wir rüsten uns vorher vielleicht nochmal kurz aus hier. Wie viele Pfeile haben wir jetzt? Acht? Ah, wir bräuchten noch ein bisschen Hartholz. Ach, hier steht sogar die Haltbarkeit von den Waffen. Die hat noch halbe HP ungefähr. Wir bräuchten noch schnell ein bisschen Hartholz. Wo kriegen wir denn jetzt eines her? Wenn wir die schon eskortieren müssen, dann wollen wir das auf jeden Fall mit Style machen. Ach komm, jetzt, wo ich suche, finde ich es natürlich nicht. Wo ist unser Hartholz? Es war schon wieder so klar. Okay, dann muss es eben nur mit dem Bogen gehen und sechs Pfeilen. Oh, was ist denn das? Oh. Ah, letzte Keule. Oh, Flüstergrotte. Ort entdeckt. Sehr schön. Haben wir hier irgendwas? Noch nicht? Aber hier geht es noch einen Schluck weiter. Scheiße. Unsere Fackel natürlich auch kaputt. Hier ist aber scheinbar nichts. Oh, doch, was ist... Freunde, was ist denn hier los? Was ist denn das? Kann ich das irgendwie zum Einsturz bringen? Ja, wir haben leider keine Keule mehr. Doch, haben wir. Sehr schön. Was ist das? Sehr schön. Wir haben wieder Holz gefunden. Was ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Hier sind meine Krieger. Können wir ein Speer noch machen? Ach, das ist die falsche Taste. Cool. Ach, wir brauchen Hartholz, Freunde. Wir brauchen Hartholz. Was machen sie denn hier? Interagieren. Wir probieren es einfach mal. Ach, wir müssen sie jetzt schon eskortieren. Ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu schwer. Hier haben wir ein bisschen Holz. Deshalb habe ich das falsche Holz. Ach, du Scheiße, Freunde. Das ist ein Freund. Kopfschuss. Scheiße. Ich bräuchte ein paar Pfeile. Können wir hier auf die Stelle noch durchsuchen? Okay, wir haben ein bisschen Fleisch mitgenommen. Wohin geht's denn, Mate? Psst, psst. Okay, die Gruppe zieht weiter. Was? Haben die Kanonen? Blödsinn. Oh, scheiße, ich hätte fast mein Mate getroffen Sehr schön Ja, ich glaube, die sollten ja schon fast mich eskortieren Die sind, äh, ein bisschen schneller am Bogenweg Und ich spiele ausnahmsweise schon mit der Maus Wow, holy shit, habt ihr das gesehen? Der hat einen Speer geworfen Absolut durch den Kopf, sauberes Ding hier Wo liegen denn jetzt die ganzen Toten? Bruchblatt nehmen Wie gesagt, Freunde, ich weiß noch nicht, für was die ganzen Pflanzen hier sind Aber es ist auf jeden Fall mal, äh, wie gesagt, sinnvoll, das Ganze schon mal mitzunehmen Hier hinten haben wir welche, zwei Stück Oh, hier ist denn auch noch welche Oh, holy shit, holy shit Gott, du, Kim Ich brauch Pfeile Ey, ich hoffe, die sterben hier nicht weg, hier Weil ich nicht grad sonderlich schlendet bin Sind die schon alle defekt? Ah, das ist ein Maid, das ist ein Maid, das dürfen wir nicht anschießen Jo, bist du ein blaues Menschen Neue Dorfbewohner, Bevölkerung 6, Freunde wie 6 Leute Sehr geil Haben wir Ah, okay, wir haben den Erfolg Wir haben die Wincher, äh, Eskorte Beziehungsweise die Eskorte erfolgreich hinter uns gebracht Und haben hier Sieht aus wie Spiegeleier Vergessene Lichtung Oh, ist hier schon wieder Krieg? Wo ist denn diese... Oh Was ist denn hier passiert? Hat die mich auch jetzt auf mich gestochen? Oh, holy shit, Freunde Vätern sammeln Wir können vielleicht mal... Ich hab's gewusst, dass wir schon wieder Fähigkeiten hier machen können Äh, was nehmen wir denn? Äh, heilen den Sprint? Äh, Freunde, ich glaub, das nehmen wir Es ist wirklich hilfreich, glaub ich Und das machen wir auch erst mal Nas Brashtal Jetzt, was ist denn aber dieses blaue Männchen hier? Ist es das Platzieren? Geistertotem Totem Ja, aber, Freunde, woher hab ich denn das? War das jetzt diese blaue Hand? Die ich jetzt hier vor und aus Was ich mitgenommen hab? Oder gefunden hab? Oder kann ich das bei jeder von diesen Stationen machen? Okay, erstmal kurz gucken Können wir jetzt noch ein bisschen... Harthold haben wir noch ein bisschen Munition voll Dann machen wir uns noch einen Äh, einen Speer Die sind, glaub ich, sehr, sehr wichtig Oder sehr, sehr effektiv Keule anzunehmen Ne, das wollen wir nicht Dann geht's wieder so schnell kaputt Sonst haben wir aber nichts hier Wie weit sind wir denn schon auf... Oh, wir haben aber sehr, schon Sehr, sehr viel Aufgedeckt Ah, der Schamane Tensei, der Schamane Sag mal hier Avenger helfen Bestie töten Ach, Leute, scheiße Ich hab gedacht, wir sind grad Bei dieser Mission gewesen Aber das stimmt natürlich nicht Wohin gehen wir denn als nächstes? Steinwacht Leuchtfeuer Außenposten Lagerfeuer Unbekannter Ort Ah, hier bekommt man Höhlenmalereien 0 von 1 Da ist das Hand 0 von 1 Ah, ich glaub, da müssen wir auf jeden Fall Eine ganze Menge finden, ne? Okay, wo machen wir denn das mal weiter? Ach, ich brenn schon wieder Scheiße Äh, kann ich irgendwas mit diesem Totem hier machen? Ne Sieht nicht danach aus Die Passa Ach, schon wieder Angriff, oder was? Tatsächlich Okay, Freunde, da müssen sie sich jetzt alleine Äh, leider drum kümmern Und wir müssen da auf jeden Fall weiterziehen Das, was wir jetzt auch erstmal machen Wir haben hier hinten schon wieder ein Wolf Oder sowas Okay, wir machen uns auf die Auf die, auf die Sprünge Bloß, wohin führt uns denn? Was ist denn unsere Hauptmission hier? Äh, Zoom Waypoint Interface Azentrieren Filter Hauptmissionen Hier oben Tensei der Schamane Da müssen wir auf jeden Fall erstmal hin Und Freunde, das werden wir auf jeden Fall Jetzt erstmal machen Das ist da gar nicht so weit weg Wir müssen bloß aufpassen Hier hinten sind schon wieder Gegner Komm mit F Mit F Krack Takedown Bitch Ach du Scheiße Lass mich bloß in Ruhe Soll ich ihnen einen Hammer auf den Kopf waffen? Woah Holy shit Woah Oh mein Gott Leute, ich hab ihn getroffen Oh mein Gott Das war ein Kopfschuss Freunde Ich war gerade so enorm in der Spannung Ich bin jetzt schon mit meinem Stuhl hier ein bisschen zurückgerutscht Jetzt hab ich allerdings meinen Hammer hier verloren Hier liegt er Okay, sehr schön Wir haben jetzt ein paar Pfeile verloren Ist aber nicht so schlimm Freunde Wir gehen jetzt erstmal zum Tenshai Oder wie der heißt Zum Schamanen Ach komm, der wird hier angegriffen Ach du Scheiße Ich hoffe Der Scheiße Frisst das Du mieser Schwein Oh je Leute Wir müssen echt mal ein bisschen heilen Ja hier ist ja eine Nebenmission nach der anderen hier Es sind ja schon fast alle in der Umgebung Was ich aber cool finde Man wird zu keiner Mission gezwungen Das sind schon wieder Mammuts Und waschelt uns hier irgendwas hinterher Nee Okay Freunde Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen sammeln Erstmal ein bisschen schauen dass wir unser Inventar wieder in Ordnung bekommen Nein Du dummes Schwein Was war denn das jetzt So viel zum Inventar Und zum Verstecken Ach hier ist es doch Das ist schon wieder ein Rothund Okay Jetzt können wir aber ein bisschen Pfeile herstellen und unseren Speer eventuell aber das ist ja auch schon wieder das ist ja auch schon wieder Vielen Dank.